ich anfangen das geht doch nicht ein ohne Höhlen die Höhlen spitz ist weiß alles weiter mein Korb und das kommt vielleicht ein bisschen von Minder ableiten darum es von Schaltes keinen die Höhle zu finden war was machst du ich hab dich grad echt auf Stemmen vielleicht auch noch mal abbrechen sollen das ist doch Sand ah Sand wenn wir uns dagegen fahren wenn wir uns das Boot zu stellen, das wäre ja auch nicht so schön wer weiß vielleicht, dass es jetzt hier gleich mal an Insel kommt Na gut, also ich werde es auf jeden Fall an YouTube stellen und wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich eine neue Welt empfangen Spinnbeet Das ist ein Spinn, die können ins Ohr kleben, dann können wir sie hochtreten. Wir sind schneller. Oh, das ist ein Spinn, das ist ein Spinn. Oh, das ist ein Spinn, das ist ein Spinn. Das ist ein Spinn. Wir haben gehört und sehen, dass wir eine Faust bekommen, mit denen wir zaubern können. Wir haben gerade getötet. Wir haben aber Zahn getoppt und der gegen jetzt auf dem Kmerz kommt. Der gar nicht so tief ist. Na komm her, ich will gucken. Nein, ich will doch nicht mehr. Die könnte ein Spinn auch noch essen. Oh, ich habe es noch. 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 Oh, ich habe es noch gelegt. Ah, Trotz, das Fleisch getoppt. Hier sieht man, sie haben die Seite getoppt. Fäden. So, ist aber auch keine so schöne Insel scheinbar. Na gut, haben wir den ersten Kampf hinter uns. Uns gewählte, mit denen möchte ich mich nicht anlegen. Die können am Fallen bogen. Okay. Also, wie wir es eben nochmal mit vielleicht Aufnahme unterbrechen jetzt einfach und neu. Wetter empfangen. Verdammt. 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 tipps weisbar tipps zum spiel und retten und kommt nicht hohe stadtkost aus der schaden wurde sie kamen zur Entwarnung es gibt im Einkauf keine Wesen mit Muttersägen das gibt und erbrechst die Aufnahme wir sehen uns in der nächsten Aufnahme neuen Welt mit mehr Land und Hüllen und wahrscheinlich auch mehr Monstern ok bis dann tschüss